Mit der A20 ist die Ruhe vorbei. A20-Gegner warnen vor Folgen für die Gesundheit. Lärm macht krank. Eigentlich eine Binsenweisheit und zudem ein altes Ärgernis. Königin Elisabeth von England verbot um 1600 den Familienvätern Englands körperliche Züchtigung nach 22 Uhr vorzunehmen, damit die Nachtruhe der anderen Mitbürger nicht durch Geschrei gestört würde. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Lärm am 28. April warnen die A20-Gegner vor dem Lärmteppich, mit dem die geplante Autobahn die Landschaft belasten würde. Entlang der A20-Trasse würde die Nachtruhe von tausenden Anwohnern in den nahegelegenen Gebäuden dauerhaft gestört werden, wenn sie ausgebaut wäre. Der Außenbereich ist nur unzureichend vor Lärm geschützt, da die Grenzwerte viel höher sind als in festgesetzten Wohngebieten. Sie sind so hoch, dass verkehrslärmbedingte Gesundheitsrisiken nicht ausgeschlossen werden können. In den Fällen, in denen die Grenzwerte überschritten werden, stehen den Anwohnern zwar per Gesetz Schallschutzfenster zu, die wirken aber nicht in lauen Sommernächten, wenn man mit offenem Fenster schlafen will oder tagsüber, wenn man sich im Garten aufhält. Die geplante A20 würde die Landschaft verlärmen und ein hohes Gut zerstören, Ruhe und Gesundheit, so das Fazit von Uwe Schmidt, Sprecher des Koordinationskreises der Initiativen gegen die A20. Und das für eine Transitstrecke, die Lärmen durch den ländlichen Raum hindurchrauscht, ihm aber kaum Nutzen bringt, wie Studien eindeutig zeigen. Zwischen Westerstede im Landkreis Ammerland und Drochtersen im Landkreis Stade wird parallel zu A1 die sogenannte Küstenautobahn A20 geplant. Zu diesem Projekt gehören auch die A26 von Drochtersen bis Stade, das Kedinger Kreuz, sowie der Elbtunnel zwischen Drochtersen in Niedersachsen und Glückstadt in Schleswig-Holstein. Die gesamte Neubautrasse ist rund 145 Kilometer lang und verläuft fast ausnahmslos durch ländliche Räume sowie größtenteils über Moor- und Marschböden. Laut Bundesverkehrswegeplan 2030 verursacht die A20 den größten Umweltschaden von allen geplanten Straßenbauprojekten. Was wollen wir? Wir sind der Überzeugung, dass es gute Alternativen zu A20 gibt, um bestehende Verkehrsprobleme auf umweltverträgliche und klimafreundliche Weise zu lösen. Wir setzen uns für diese Alternativen ein und unterziehen die A20-Planung seit rund 15 Jahren einer sachkundigen, kritischen Prüfung. Bislang gibt es keine Begründung für den Bau der A20, die unserem wirtschaftlich fundierten Faktencheck standgehalten hätte. Wer sind wir? Entlang der A20-Trasse haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauung rund 30 Initiativen gegründet, die aus guten Gründen den Bau der A20 ablehnen. In den Bürgerinitiativen sind auch viele Menschen aktiv, die nicht unmittelbar von der geplanten Trasse betroffen sind. Auf dieser gemeinsamen Homepage stellen die Gruppen ihre Arbeit und ihre Argumente vor. Sehen Sie selbst.